Heute stelle ich euch ein ganz simples kurdisches Rezept vor namens Fırdıq. Es ist quasi eine kalte Joghurt-Gurkensuppe und ich bin mir sicher, ganz viele Nationalitäten haben dieses Gericht. Ihr braucht dafür ganz viel Gurken, die ihr klein würfelt und Naturjoghurt, dann stilles Wasser und ganz viele Eiswürfel, damit es schön kalt wird. Zum Schluss wird das Ganze noch mit Salz und Knoblauch abgeschmeckt. Ich lasse den Knoblauch auf jeden Fall weg. Ich kann Knoblauch überhaupt nicht leiden. Ich vertrage Knoblauch auch nicht. Deswegen würze ich das Ganze nur mit Salz. Ich liebe dieses Essen. Gerade abends, wenn man Heißhunger kriegt, ist es genau richtig an heißen Tagen super und man nimmt davon richtig gut ab. Ich kann euch das nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Macht das Herz rot und das Plus weg.